Hallo ihr Lieben, hier ist wieder ein neues Video von Peter Heinrich von easydav.de. Ja, in unserem Campus kam wieder eine schöne, interessante Frage auf von unserem Mitglied Mike. Wir gehen gleich mal auf meine Tafel hier. So, hallo Peter, ich habe gerade bemerkt, dass du dieses tolle Video gedreht hast. Ja, da ging es um ein Video über das Verb liegen. Vielen Dank. Noch eine Liegenfrage habe ich. Also eine Liegenfrage habe ich. Diesen Satz habe ich neulich gelesen. Er hat die Katze auf seinem Schoß liegen. Punkt. Ist das ein Tippfehler? Oder vielleicht handelt haben hier als Modalverb. Also vielleicht wird haben hier als Modalverb benutzt. Er meint eben, weil ein Infinitiv folgt. Wenn ja, was für eine grammatikalische Struktur ist sie? Also es wird nicht als Modalverb benutzt. Es gibt im Deutschen tatsächlich diese Kombination aus haben plus Infinitiv. Und dieser Satz hier ist völlig korrekt. Er hat die Katze auf dem Schoß liegen. Ja, es ist sehr schwer zu erklären, was das eigentlich bedeutet. Also erstmal, in dieser Bedeutung wird es, wird haben mit Positionsverben im Infinitiv oft verwendet. Hier hat es eine ganz spezielle Bedeutung. Es geht hier nicht um diese Sachinformation, die Katze liegt auf meinem Schoß, könnte ich auch sagen. Hier ist das ein bisschen, es kommt immer auf den Kontext an. Ich kann es wirklich nicht besser erklären. Man würde so einen Satz zum Beispiel benutzen im Kontext wie Er kann dir jetzt nicht helfen. Er hat die Katze auf seinem Schoß liegen. Das beschreibt so die Situation. Ihr wisst alle, alle, die eine Katze haben, wissen, wenn sie einmal auf dir liegt, dann kannst du unmöglich aufstehen, weil du dann die Katze stören würdest. Es gibt auch so einen schönen Cartoon, Gott kann nicht die Welt retten, weil er zu Hause sitzt auf dem Sessel mit einer Katze auf dem Schoß. Also hier wäre der Kontext so ein bisschen eben lustig. Die Katze liegt hier auf meinem Schoß. Ich habe eine Katze auf dem Schoß liegen. Ich bin nicht in der Lage, was anderes zu machen. Aber es gibt es durchaus auch in neutraler Bedeutung, aber immer ein bisschen kontextabhängig. Wir schauen uns mal noch ein paar andere Beispiele an. Hier habe ich jetzt mal verschiedene ausgesucht. Das könnte ein Dialog sein. Ich bräuchte kurzfristig ein HDMI-Kabel. Und jetzt kannst du als Dialogpartner sagen, ah, zu Hause habe ich noch eins liegen. Oder ich habe noch eins zu Hause liegen. In der Bedeutung, mit diesem, ich habe noch eins zu Hause liegen, da wird ein bisschen hervorgehoben, dass es da nur herumliegt und du es gerade nicht brauchst. Deswegen ist hier indirekt die Botschaft enthalten. Ich kann dir eins geben. Ich kann dir eins leihen. Ich habe zu Hause noch eins liegen. Um das zu verstärken, kann man hier auch das Verb herumliegen verwenden. Das drückt dann eben so dieses Überflüssige ein bisschen aus oder es nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Bedeutsamkeit. Ja, das liegt halt noch zu Hause. Das kannst du haben, ich brauche es nicht so dringend. Oder in diesem Beispiel hier, sie hat zwei teure Sportwagen in der Garage stehen. Das ist was anderes, als zu sagen, sie hat zwei teure Sportwagen. Hier ist der Fokus, ja, das protzt ein bisschen. Das wird ein bisschen hervorgehoben. Die hat die, die zu Hause in der Garage stehen. Da stehen die einfach nur so rum, versteht ihr? Zwei teure Sportwagen. Die stehen bei der zu Hause in der Garage. Also es ist ein bisschen verstärkt und gleichzeitig so, dass das Edle, dieses Außergewöhnliche, dass sie so vermögend ist, ein bisschen hervorgehoben. Genauso wie hier bei dem Beispiel, er hat eine Million Euro auf einem Schweizer Bankkonto liegen. Ja, die liegen da einfach so rum. Und das verstärkt diese Information, Mein Gott, da ist zwei Millionen Euro schwer. Da hätte ich da auf dem Bankkonto liegen. So viel also zu dieser Grammatik haben mit einem Infinitiv, wenn es um Positionswerden geht. Es verändert leicht die Bedeutung und es ist immer kontextabhängig. Besser kann ich es nicht erklären. Ich habe euch jetzt ein paar Beispiele genannt. Dann schauen wir uns noch ein anderes Beispiel an. Nämlich haben mit Infinitiv mit zu. Das wird hauptsächlich verwendet, tatsächlich im Nordosten Deutschlands. In Berlin habe ich das sehr oft gehört und am Anfang dachte ich, äh, können die kein Deutsch oder was? Also als ich es zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, jemand hat sich versprochen. Und irgendwann habe ich gelernt, die sagen das in Berlin so. Zum Beispiel, zu Hause habe ich noch einen Rucksack zu liegen. Zu Hause habe ich noch zwei Kisten Bier zu stehen. Das heißt einfach, ich habe noch zwei Kisten Bier zu Hause. Wir können bei mir was trinken gehen. Ich habe noch zwei Kisten Bier zu Hause. Zu Hause habe ich noch zwei Kisten Bier zu stehen. Das ist keine Hochsprache. Also im formalen Hochdeutsch würde ich das nicht verwenden, wenn ihr ernsthafte Texte schreibt. Aber in der gesprochenen Alltagssprache ist es in Berlin ganz normal. Dann kommen wir noch zu einem weiteren Phänomen. Es gibt die Kombination auch mit Nicht-Positionsverben, also mit allen anderen Verben. Also das sind nicht mit allen anderen Verben, das sind Verben, die eine Tätigkeit ausdrücken. Und da ist es ein Synonym zu müssen. Ich habe noch etwas zu erledigen. Synonym zu, das muss ich noch tun. Ich muss noch irgendetwas tun heute. Also, hier sind Beispiele. Ich habe noch viel zu tun. Ich muss nach Hause. Ich habe noch viel zu tun heute. Das ist ein ganz realistischer Satz. Oder, ich habe heute noch den Rasen zu mähen. Das ist völlig identisch. Das sind nie zwei Sätze, aber sehr synonym zu, ich muss noch den Rasen mähen. Oder, ich habe noch zu arbeiten. Ich gehe nach Hause. Ich habe noch zu arbeiten. Ich habe noch etwas zu tun heute. Das sind ganz realistische Sätze mit haben plus infinitiv mit zu als Synonym zu müssen. Und eine verstärkte Form davon ist das hier. Du hast auf mich zu hören. Also, wenn ich direkt jemanden anspreche, das würde auch in der höflichen Sie-Form gehen, dann wäre es aber sehr offensiv. Also, du hast auf mich zu hören, du musst auf mich hören, könnte die Mutter zu ihrem Kind sagen. Oder ein Lehrer zu seinem Schüler, der sich nicht ordentlich benehmt. Du hast auf mich zu hören. Oder, du hast jetzt still zu sein. Du hast jetzt ruhig zu sein. Halt jetzt endlich mal deinen Mund und benimm dich. Du hast jetzt still zu sein. Oder, du hast dich ordentlich zu benehmen. Das ist eine Regel hier. Daran musst du dich halten. In der Form kann man das alles verwenden. Gut. Das war es heute mit dem Phänomen haben plus infinitiv. Ich hoffe, es war hilfreich und interessant für euch. Vergesst nicht, euch einzutragen für unseren kostenlosen Crashkurs. Gedächtniskrashkurs für deutsche Grammatik. Ihr seht hier den Link unter mir. Da könnt ihr einfach direkt hin und euch wirklich kostenlos eintragen. Dort warten noch jede Menge anderen sehr interessante Sachen für euch. Das war es für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Peter von easyduff.de Ciao.